Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute geht es weiter mit Spongebob, mein Bikini-Button oder wie ich sagen würde, Karns-Bikini-Button So, wir können hier wieder einiges einsammeln Miete wird fällig So, auch von Spongebob hier Hier hinten auch Hier, hier Äh, nein Nein! Miete einsammeln So, dann möchte jemand ein Krabben-Burger Richtig sehr Kann man den Wünsch erfüllen Danke So, dann haben wir hier noch ein Krabben-Burger Glaube ich Was brauchen wir denn für einen Krabben-Burger? Wir brauchen noch Burger und Ketchup Zubereiten Burger-Basten auch Vielleicht noch einen Burger Äh Äh, ich Das ist schon fällig Level 6 Sehr gut Hallo, Herr Tentakel Hier spricht Bikini-Button-Immobilien Wir haben eine Wohnung für Sie Thaddeus Thaddeus ist da Sehr gut Nichts außer Ruhe Frieden ohne Ich glaube nicht Baue Thaddeus sein Haus Der kommt natürlich schön hier in die Nachbarschaft von Na, ihr wisst es glaube ich schon Wie sieht es denn mit den Aufstaben hier aus? Baue Thaddeus sein Haus Ja, machen wir mal gleich So, erstmal hier Werbe Sponshop auch Auf jeden Fall Ein Krabben-Burger Noch ein Burger Schadetisch Wir müssen hier immer wieder draufklicken Salat haben wir nicht da Aber einen Krabben-Burger Vielleicht für den Herren Polizisten So, bitte Okay Wo sind denn jetzt nochmal So, 800 brauchen wir für Patrick Ja, es wird jetzt auch mal langsam Zeit, dass Patrick hier hinzieht Am besten So, wir wollen, dass Patrick sofort da ist, deswegen gehen wir auch dafür hier aus Yes, Patrick ist da Ja, so können wir eigentlich das Ding hier verschieben Ja, denn ich möchte, dass das wie in der Serie ist Hier in die Mitte kommt gleich dann Hier in die Mitte kommt gleich dann Tschaddeus Ja Cool, okay So, da möchte jemand Toast Aber wir hatten glaube ich Toast Hier ist noch ein Krabben-Burger, weil da werden eigentlich immer genügend gebraucht Der Polizist möchte uns auch bezahlen So, was ist das hier Drei Salate So, einsammeln, dann machen wir das doch mal Auch ein Malad hier zubereiten Was fehlt ist hier Hier können wir natürlich auch ein paar Tomaten Anbauen Und dann ist hier sowas noch Okay So, gleich können wir hier die Mieter einsammeln Vielleicht backen wir auch ein paar Brötchen Wenn du jetzt in der Polizeistation hast Dann können wir nur die Mieter einsammeln Bei Dave auch Und bei Bill auch Und wie sieht's bei Arbeit haben wir doch Okay So, der Salat ist schon fertig Leute, zockt ihr diese App eigentlich auf? Das ist mein Bikini-Button Karns Bikini-Button So ein Krabben-Burger ist fertig Das heißt hier, Bill bekommt Hm, der wirkt doch heute doch Äh Nein, nicht Sponsor Bill Nein, auch nicht Dave Bill, hab ich gesagt So, Bill Du bekommst jetzt hier Erfahrungspunkte So, wie geht's denn aus dem Mippe Um Hamburger zu So, das ist gut Toast auf So, brauchen wir auf jeden Fall wieder Punkte Damit auch Thaddeus uns hier in die Nachbarschaft einzieht Wer hat ein Torackel? So Du möchtest einen Salat Den bekommst du auch Mr. Krabs Äh Du musst auch für deinen Krabben-Burger zahlen Auf jeden Fall Ich möchte einen Krabben-Burger-Fan Ah, ich brauch Ketchup Aber das geht relativ schnell Und so geht das hier die ganze Zeit Wir vergrößern natürlich Hier immer mal wieder unsere Stadt So, Mr. Krabs Das gibt einen Krabben-Burger Selbstverständlich Und damit sind wir Alle rund umgeguckt Und warum, was ist das denn? Ketchupies Sehr gut Gibt's den auch hier Ja, den gibt's auch hier Bereiten wir dem doch mal zu Was brauchen wir dafür? Oh, dreimal Ketchup Da möchte jemand Salat Deswegen machen wir hier auf jeden Fall Ein paar Tomaten an Soße sind natürlich auch nicht schlecht Also wir backen hier ziemlich viel Ketchup haben wir Zeit für einen Salat auf jeden Fall Auch noch eine Tomate Ich dachte, wir wären fertig Die brauchen noch ein bisschen So, ihr könnt Seht, wie groß das hier eigentlich werden kann Wie viel kostet das denn hier? Trauerlich Ja, ne, da bauen wir gleich mal lieber Erst Tadeos Haus hin Können wir natürlich schön reinzoomen Wenn wir wollen Okay, die Brötchen Toll, toll, toll Ein paar Tots können wir eigentlich auch Wieder Eigentlich müssten die Tomaten Jetzt auch fertig sein Das heißt, man kann eigentlich wieder einen Salat machen Mehrere Wer möchte hier noch einen Salat? Ist das Dave denn? Patrick Mensch Patrick, was ist denn los mit dir? Dir geht's ja gar nicht gut So, wir haben drei Salate Puh, ganz schön heiß hier, wenn all die Platten grünen Und mit heiß meine ich siedend heiß Welches Outfit könnte mich wohl ein wenig abkühlen? Jetzt war ich Spongebob und Toll Der läuft jetzt mit Unterhose rum So, zwei Zwiebeln sammeln Das kriegen wir doch hin Oh, da möchte jemand So ein Ketschpies Haben wir denn jetzt genügend dafür? Salat kommt auch gleich Keine Sorge So, mache Seifeblasen Snuffler an irgendwas Was kann Patrick gerade machen? Äh, denk die Aktivitäten aus Die dauern relativ kurz Mal gucken, was sich da Patrick überlegen wird So, ein Salat ist fertig Das heißt, du bekommst hier Nein Dave bekommt seinen Salat Ja, ich bin jetzt Okay, ich bin jetzt Ok, ich bin jetzt Das habe ich bisher noch nie gesehen. Zähle Geld! Oh, was ist denn? 50! Start. Mal davon. So ist der Crepes. Zählt mal wieder Geld. Ein Toast für dich. Da haben wir noch ein paar. So, hier ist auch was für dich. Wie sieht es mit der Miete bei SpongeBob aus? Das dauert noch ein bisschen. Und bei Patrick? Oh ja, das dauert noch sehr viel. Ja, sehr lange. 20. Sehr gut. Dann können wir auch wieder einsammeln. Nassi! So geht das halt die ganze Zeit, Leute. Ihr könnt ja mächtig viele Aktivitäten machen. Dann möchte jemand einen Krabben werden. Oh, pflanze einen Morgen. Das ist ja. So, wo können wir denn einen Morgen pflanzen? Ja. Da passt doch der Baum wunderbar hin. Ich muss schon wieder sehr viel einsammeln. Viel Geld. Und Tadeus kann bald hier hinziehen. Vielleicht muss Kambai noch einfach fertig machen. Natürlich Ketchup. Fertig. Oh, nein. Tomatenrauch. Okay. Also. Das heißt, Leute. Beim nächsten Mal geht es hier bei uns weiter. Bei Karts Bikini Bottom. Also bei Bikini Bottom. Was sagt ihr dazu zu dieser tollen App von Nickelodeon? Da haben wir noch das nächste Mal. Na gut. Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Bikini Bottom. Und Patrick ist jetzt auch endlich da. Und das ist doch super. Leute. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, dann doch mal rum. Wenn es euch gefällt, dann doch mal rum. Wenn es euch gefällt, dann doch mal rum. Gar kein Problem. Lass uns noch ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschaui.